Ihr seid richtig bei Alles auf Start, der SEO-Einsteiger-Podcast für Startups und KMU mit Markus Hövener. Ja moin, da bist du ja. Also, schön, dass du da bist und heute geht es in dieser Episode von Alles auf Start geht es um das Thema EAT und warum du vielleicht Content neu denken musst. Ich fange mal erstmal an, ein paar Begriffe zu erklären, die für dieses Thema wichtig sind. Begriff Nummer 1, Quality Rater. Quality Rater sind Personen, die von Google angestellt sind, um Google-Ergebnisse zu bewerten. Das heißt, sie kriegen, wie auch immer das da aussieht, eine Suchanfrage und kriegen 10 Suchergebnisse geliefert und sollen die dann halt bewerten. Und anhand eines bestimmten Kataloges kann man sich natürlich fragen, warum passiert das? Also, einen Hauptgrund gibt es. Also, diese Quality Rater, die erzeugen Quality Rater Data. Das heißt, die erzeugen eben halt Bewertungen von Suchergebnissen. Und das kann Google in dem Augenblick brauchen, wo sie ein Algorithmus-Update herausbringen. Das heißt, sie aktualisieren ihren Algorithmus, ein sogenanntes Core-Update. Und jetzt ist es ja schon hilfreich, wenn sie vorher einmal überprüfen, ob denn dieses Update, was man erstmal nur programmiert hat, ob das denn die Qualität der Suchergebnisse auch wirklich verbessert. Natürlich alles immer im Schnitt gesehen. Und da reicht es jetzt natürlich nicht aus, wenn man einfach nur mal eine Suchanfrage eintippt und sagt, ja, gut gelaufen, sondern man braucht natürlich mehr Daten. Und das liefern eben diese Quality Rater Data. Was nicht der Fall ist, ist, dass es eine direkte Ranking-Verbesserung gibt. Also, angenommen, so ein Quality Rater guckt sich ein konkretes Suchergebnis an und sieht, du bist auf Position 8, aber eigentlich hast du unter den ersten 10 Suchergebnissen das beste Ergebnis geliefert. Dann wäre es doch cool, wenn du nach oben schießen würdest. Das wird eben nicht passieren. Dafür sind die Quality Rater einfach nicht da. Das heißt, du kannst eine Website haben, die eigentlich optimal ist, aber trotzdem ein schlechtes Ranking. Das ist immer ein bisschen blöd, weil eben alles immer nur im Durchschnitt funktioniert. Aber so ist es halt leider. Begriff Nummer zwei, die Quality Rater Guidelines. Ich habe eben schon gesagt, die Quality Rater, die haben so einen Fragenkatalog vor sich, Richtlinien. Und das sind eben die Quality Rater Guidelines. Das ist ein Dokument, relativ umfangreich. Und in dem stehen jetzt aber nicht so ganz harte Anforderungen drin. Also, da steht jetzt nicht drin, mindestens 500 Wörter, zwei Bilder wären gut oder drei Zwischenüberschriften oder, oder, oder. Da steht da nicht drin. Es sind eher so allgemeine Prinzipien, die man dann eben noch mit Leben füllen muss. Dieses Dokument kannst du abrufen. Das war früher nicht öffentlich. Dann ist es irgendwann geleakt. Und dann hat Google gesagt, ja gut, wenn ihr es eh schon habt, dann können wir es jetzt auch öffentlich machen. Und genau, wenn ihr nach Quality Rater Guidelines sucht, findet ihr das Ding. Auf jeden Fall ist eine große PDF-Datei. Und ja, wenn ihr mal einen schönen Tag haben wollt, lest ihr euch das einmal komplett durch. Und Begriff Nummer drei ist YMYL. Also YMYL, da steht für Your Money or Your Life. Und das sind ganz bestimmte Themengebiete, in denen Google sagt, da sind unsere Anforderungen an Content, an Text, sind viel höher als in anderen Bereichen. Und Your Money or Your Life, das ist eben vor allem Medizin, Jura und Finanzen. Gerade Medizin, muss man sagen, in 2019 hat es viele alternative Medizin-Websites weggehauen. Plus, da gab es auch eine sehr hohe Volatilität in den Rankings. Also das merkt man schon, dass im Medizin-Bereich die Anforderungen höher sind und dass vor allem auch die Auswirkungen, wenn dann so ein Core-Update kommt, auch wirklich dramatischer sind. In anderen Bereichen, zum Beispiel E-Commerce, ist das jetzt nicht so ein dringliches Thema. Das heißt, wenn du als Content eine Verlegeanleitung für Parkett veröffentlichst, dann gelten dafür jetzt nicht verstärkte Anforderungen. Gleichwohl solltest du natürlich da auch dein Bestes geben. Also das waren so drei Begriffe, die wirklich wichtig sind. Und jetzt kommt eben der vierte Begriff und das ist EAT. Und EAT steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Also auf Deutsch Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Und dieses EAT ist halt ein Konzept aus den Quality Rater Guidelines. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, es ist ein Konzept, nach dem Quality Rater eine Website bewerten müssen. Das heißt aber nicht, dass das so explizit auch im Algorithmus abgebildet ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass es einen sogenannten EAT-Score gibt. Also auf einer Skala von 0 bis 1 hast du einen EAT-Score von 0,7. Das heißt, du hast schon ziemlich viel Expertise über deine Website transportiert. Wahrscheinlich ist es so, dass es andere Signale gibt, zum Beispiel Verlinkungen, Erwähnungen und viele andere, die sich eben mit diesem EAT, die mit dem EAT zusammenfallen. Also eine Website, die viel EAT hat, die eine hohe Expertise hat, hat eben ganz bestimmte Signale, die eine Website mit wenig EAT nicht hat. Aber nochmal, es gibt halt wahrscheinlich nicht so einen EAT-Score. Faktisch muss man sowieso sagen, ich bin auf extrem dünnem Eis, denn faktisch weiß man eigentlich gar nicht so viel über dieses EAT. Das heißt, Google erzählt jetzt auch nicht viel darüber. Es gibt wahnsinnig viele Artikel zu dem Thema, die aber eigentlich immer nur noch die Quality Rater Guidelines neu auseinandernehmen und da zitieren und vielleicht ein paar Statements von Google nochmal gerade rücken. Aber im Großen und Ganzen muss man ganz ehrlich sagen, dass eigentlich relativ unklar ist, wie dieses ganze EAT funktioniert. Gleichwohl muss man sagen, EAT ist wichtig. Google kommuniziert viel über EAT und deswegen ist EAT eben auch für dich ein wichtiges Thema. Und deswegen habe ich mal vier Aspekte mitgebracht, wo ich denke, dass du darüber nachdenken solltest. Das Erste ist, was Google grundsätzlich kommuniziert, auch in den Quality Rater Guidelines, ist, dass es ganz bestimmte Herangehensweisen gibt, die Google nicht mag. Das ist alles, wir sind in diesem Jahr 2020, wir wissen, worüber wir reden, alles, was negativ oder diskriminierend ist. So Stichwörter wie Hate, Violence, Racism, Abuse, Harmful Activities. All das sind erstmal Themengebiete, da ist Google extremst kritisch. Ich meine, das würdet ihr nicht machen. Ihr würdet jetzt keine rechtsradikalen Inhalte publizieren. Es gibt aber auch so ein paar andere Wörter, die man sich mal angucken sollte und das ist zum Beispiel Exaggerated, also übertrieben, Shocking, also schockierend oder Misleading, also in die Irre führend. Und da muss man natürlich schon sagen, ja, ist die Frage, wie Google das so in Zukunft auslegen wird. Im Moment legen sie es wahrscheinlich noch nicht so aus, denn es gibt ja zum Beispiel Google Discover, das ist ja, wenn ihr in die Google App geht, dann werden euch Inhalte vorgeschlagen und da hat Google unlängst gesagt, diese Inhalte, das sind Inhalte, die viel EAT haben. Und wenn ich mir diese Inhalte so angucke, muss ich sagen, ich hoffe nicht, dass das die Vorstellung von Google von EAT ist. Da ist eben auch viel, ja, inhaltsloses Promi-Gelaber. Ich kann das immer wegklicken, ich kann das immer ausschalten, aber trotzdem das, was Google da zum Teil auswählt, muss ich sagen, ich hoffe nicht, dass das viel EAT hat, denn dann wäre es für mich irgendwie falsch. Insgesamt aber trotzdem, was ich mitnehmen würde, ist dieses, so Stichwörter wie Misleading, also dieses so Überschriften wie, sie werden nicht glauben, wie die Pharmaindustrie sie verarscht. Und dann steht in dem Inhalt, in dem Artikel aber irgendwie nur Blabla drin oder dass irgendwelche Preise abgesprochen sind oder so. Aber nichts, wo man jetzt denken würde, das kann ich jetzt wirklich nicht glauben. Und da wäre ich perspektivisch nur ein bisschen vorsichtig, denn wenn Google das, was sie da schreiben, wirklich umsetzen, dann ist es glaube ich eher gut, dass man in einem professionellen Stil schreibt, aber eher neutral. Das zweite Thema, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, ist das Thema Reputation. Also Reputation bezogen auf das Unternehmen. Auch das wird sehr oft genannt in den Quality Rater Guidelines, so Sachen wie Website-Bewertungen zum Beispiel. Oder gibt es einen Wikipedia-Artikel über dein Unternehmen? Wirst du oder deine Firma, wird die von Autoritäten erwähnt? Hast du mal einen Award gewonnen? All das können Themen sein, die eben wichtig sind. Und hier ist vor allem wichtig, dass man erkennt, dass es nicht nur darum geht, eine Website zu haben und sich vielleicht ein paar Links zusammen zu kaufen und nicht einfach nur Content zu schreiben und nicht nur eine Website zu haben, sondern dass man wirklich auch in der Außendarstellung unterwegs ist. Also die PR-Brille aufsetzen und dafür sorgen, dass wirklich, dass du bekannt wirst, dass andere Leute über dich schreiben. Das war früher anders. Früher konntest du wirklich eine Website haben, hast irgendwelche Inhalte draufgeklatscht, hast irgendwelche Links gekauft. Das wird aber nicht mehr funktionieren und das funktioniert auch faktisch heute schon kaum noch. Also wichtig ist eben, und ich habe leider in meiner SEO-Sprechstunde habe ich regelmäßig Fälle wieder, wo man sagen muss, da sind Leute dabei, die einfach, ja, einfach, die nicht im Internet unterwegs sind. Die haben zwar eine Website, aber die sind nicht wirklich außen unterwegs. Also keiner hat jemals im Internet positiv über sie gesprochen. Und das mag ja in einem ganz bestimmten, in einer bestimmten Nische mag das ja funktionieren. Aber wenn du in konkurrenzstarken Themen unterwegs bist, dann musst du eben auch wirklich Reputation und Außendarstellung wirklich ernst nehmen. Das Thema Nummer drei, was ich mitgebracht habe, ist das Thema Autor ernst zu nehmen. Google trennt inhaltlich zwischen Creator und Website. Also Website ist quasi, die Website respektive das Unternehmen, was dahinter steht. Und Creator ist wirklich der, der den Artikel geschrieben hat. Und insgesamt stellt sich natürlich die Frage, hat Google eigentlich ein Autorenkonzept? Also weiß Google wirklich, wer einen Artikel geschrieben hat? Das war früher leichter. Es gab früher mal so einen Rel Author Markup. Das heißt, man konnte wirklich einen Artikel mit einem Google Plus Profil verbinden und konnte sagen, okay, der Peter Müller hat wirklich diesen Artikel geschrieben. Da hat Google sich mal viel von versprochen. Das haben sie dann irgendwann aufgeben müssen. Und trotzdem diese Frage, hat Google eigentlich ein Autorenkonzept? Ist eine relativ alte Frage, die ich auch leider nicht eindeutig beantworten kann. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass es hilft, Autoren auch auszubilden. Das heißt, sie nach außen sichtbar zu machen. Also wirklich nicht nur dranschreiben, dieser Artikel ist von Redaktion, sondern dieser Artikel ist von Peter Müller, von Petra Müller. Und es gibt auch noch den Begriff der sogenannten formalen Expertise, die Formal Expertise. Und die gilt vor allem bei YMYL-Themen. Das heißt, wenn du Medizinkontent hast, dann ist nicht so gut, wenn ich den schreibe, weil ich habe sicherlich Laienwissen, aber ich bin kein Arzt. Es ist wichtig eben, dass der, der wirklich, ich sage mal, die Ausbildung genossen hat, in diesem Thema Experte zu sein und die Expertise zu haben, dass der das auch schreibt. Es ist wahrscheinlich nicht so, dass Google jetzt wirklich nachguckt, dass eben auch die Frage, hat Google ein Autorenkonzept? Also weiß Google, dass Peter Müller der führende Experte ist für pädiatrische Themen, weil er Kinderarzt ist? Wahrscheinlich ist das nicht so. Ganz so einfach ist das nicht. Und trotzdem würde ich immer empfehlen, also erstmal Autoren zu nennen, unter jedem Artikel oder neben jedem Artikel, wo auch immer, auch eine Autoren-Bio-Box zu packen, also ein Bild und eine kurze Beschreibung. Peter Müller ist der führende Experte für neurologische Spezialfälle, keine Ahnung, und auch eine Autoren-Profil-Seite auszubilden. Das heißt, wenn ich auf die Autoren-Bio-Box draufklicke, dann lande ich auf einer Seite wie slash Autor slash Peter Müller und da sehe ich dann noch mehr, mehr Informationen über Peter und vor allem auch, welche Artikel der alle geschrieben hat. Es gibt aber eben natürlich vor allem die Konsequenz, dass die Autoren auch wirklich Experten sein sollten. Es reicht nicht nur, sie einfach zu nennen und zu sagen, okay, das ist jetzt einer, sondern es sollten auch wirklich Experten sein. Die Autoren-Bio-Box sollte natürlich begründen, warum dieser Autor auch wirklich der Beste ist für diesen Artikel. Es gab übrigens eine sehr interessante Fallstudie von Path Interactive. Die haben sich im letzten Jahr mal angeguckt, bei so einem Core-Update, da gewinnen ja immer ein paar Websites und ein paar verlieren. Und die haben mal nachgeguckt, war eine relativ geringe Datenmenge, also 64 verschiedene Websites wurden da angeguckt, aber die haben mal geschaut, welche Eigenschaften haben denn die Websites, die gewonnen haben. Und bei den Websites, die eine Autoren-Bio hatten, war der Gewinn bei plus 16 Prozent. Plus 258 Prozent war aber bei den Websites, die auch wirklich real Experts hatten. Und das ist natürlich super spannend. Wichtig ist natürlich auch so Autorität. Auch das wieder, wie misst Google das eigentlich alles? Autorität entsteht nicht durch Selbstproklamation. Also ich setze mich hin und sage, ich bin eine führende Experte für, aber ich bin das eigentlich gar nicht. Ich glaube, uns ist allen klar, wer ein Experte ist. Viele kennen zum Beispiel den Professor Dr. Ingo Frohböse, ich glaube von der medizinischen Hochschule in Köln. Der wird immer gerne im Fernsehen ins Bild gezerrt, wenn es irgendwie um gesunde Ernährung und Sport und das ganze Zeugs geht. Aber der hat sich diese Autorität auch erarbeitet. Der hat auch ein eigenes Blog, der hat auch Bücher geschrieben. Der ist einfach ein anerkannter Experte. Und so kann es natürlich sein, dass Inhalte, das heißt, wenn der Professor Dr. Ingo Frohböse jetzt irgendwas schreibt über Sport und Ernährung, dass das natürlich viel EAT transportiert und dass es eben mein Blog vielleicht nach vorne bringen würde, wenn ich Dr. Ingo Frohböse als Autor gewinnen könnte. Und vielleicht Thema Nummer vier habe ich nochmal mitgebracht. Was ich auch nicht unwichtig finde, ist das Thema Konsensinhalte. Es gibt so ein Passus in den Quality Rater Guidelines. Da steht drin, dass eine schlechte Bewertung für Inhalte gegeben werden soll, wenn es um YMYL-Content geht that contradicts well-established expert consensus. Also worauf haben sich die ganzen Experten geeinigt? Übrigens schlechte Bewertung auch für Inhalte, wo es insgesamt um das Thema Conspiracy Theories geht, also die üblichen Weltverschwörer. Also es geht schon darum, dass ein Inhalt auch wirklich eben diesen well-established expert consensus wiedergeben sollte. Also was ist derzeit der Stand der Forschung, auf den sich, ich sage mal, die seriösen Menschen geeinigt haben? Und da muss man natürlich sagen, das ist schlecht für alles im Bereich alternative Medizin. Jetzt vorbehalte ich dessen, oder ich will das gar nicht be- oder verurteilen, was da zum Teil geschrieben wird. Aber natürlich, wenn ich jetzt einen Blog habe und ich schreibe jetzt nur über die Wirkung von homöopathischen Arzneimitteln, dann habe ich ein Problem, weil das ist eben nicht well-established expert consensus. Und da muss man eben wirklich sagen, gab es gerade 2019 wirklich ein paar Websites, vor allem in den USA, im Bereich Medizin, aber auch so im Bereich Finanzprodukte, die es wirklich komplett weggehauen hat, die einfach raus waren. Ich meine, wenn man sich die Inhalte anguckt, dann merkt man wirklich, die haben gegen diesen Passus verstoßen und Google wird immer besser in der Lage sein, sowas durchzusetzen. Und das heißt natürlich, wenn du Content schreibst, dann achte eben darauf, dass du wirklich das wiedergibst, was so herrschende Lehrmeinung ist, vor allem eben bei Medizin-Themen, bei Finanz-Themen. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein Platz für den Bad Guy. Also wenn du jetzt so einen Blog machst für alternatives Finanzdenken und du sagst, hey, das, worauf wir uns alle geeinigt haben, so in den letzten 100 Jahren, Finanzanalyse, Chart-Techniken, was auch immer, das Ganze alles vergessen, ich habe hier die eine Lösung für dich und die ist total super, dann wirst du mit diesem Blog, wirst du wahrscheinlich nicht einen Meter Raum gewinnen können. Das heißt nicht, dass die Inhalte falsch sind, das ist ganz wichtig, aber es heißt eben, Google hat eine ganz bestimmte, ganz bestimmte, ganz bestimmten Anspruch, ein ganz bestimmtes Paradigma und wenn du in Google gewinnen willst, musst du dich einfach daran halten. Und da kommt man eben leider wirklich nicht dran vorbei. Das soll es für heute gewesen sein. Wie ich schon sagte, ich habe dieses Thema vor allem ausgesucht, weil in einigen SEO-Sprechstunden, die ich hatte in diesem Jahr, waren ein paar Inhalte oder ein paar Websites dabei, denen das so nicht klar war und die auch wirklich zum Teil im Medizinbereich waren, zum Teil im juristischen Bereich, aber eigentlich gegen diese ganzen Regeln eigentlich verstoßen haben, wo Inhalte einfach nur von Redaktionen kamen, wo Inhalte auch wirklich nicht besonders gut waren, wo sie zum Beispiel nicht sonderlich umfangreich waren oder auch ein Thema komplett abgedeckt haben. Und natürlich nochmal, es ist eben auch wichtig, nicht einfach nur einen Blog zu haben, Magazin zu haben, sondern auch wirklich im Außen zu leben, dass man nicht nur irgendwie im Internet ist, sondern dass man bewertet wird, dass man wahrgenommen wird, dass man auch wirklich als eine Autorität angenommen wird. Also angenommen, du publizierst etwas, und es gibt drei Branchenmagazine, dann wäre es total sexy, wenn diese drei Branchenmagazine das publizieren und sagen, hier, der Peter Müller von Website X hat dazu Folgendes geschrieben und dann noch gerne mit einem Link da drauf. Das ist wirklich so eine Sache, wo wirklich auch dein EAT fließen kann und was deine Website signifikant nach vorne bringen kann. So, das war's für heute. Ich hab euch hoffentlich ein bisschen weitergebracht. Wie immer lade ich euch gerne in die SEO-Sprechstunde ein. Die findet ihr unter www.seosprechstunde.de kann man sich total einfach merken. Kostenlos, unverbindlich, 30 Minuten Zeit mit mir. Könnt ihr alles fragen. Ist auch, muss ich immer wieder sagen, es ist keine Verkaufsveranstaltung. Manchmal wird das von der anderen Seite so genutzt, dass sie sagen, hey, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten und lass uns die halbe Stunde nutzen, das zu planen. Sag ich, nee, das ist nicht mein Ziel. Also natürlich könnt ihr Kunde bei uns werden, das ist überhaupt keine Frage, aber diese halbe Stunde ist wirklich eure Zeit, die ihr nutzen könnt, wenn ihr SEO-Fragen habt, wenn ihr wollt, dass ich mal einen Blick auf eure Website werfe, ohne Verkaufsabsicht durch meine Agentur. Das ist ganz wichtig. Okay. Das ist natürlich trotzdem, wenn ihr Beratung braucht, könnt ihr die natürlich trotzdem über bei uns kaufen, aber darum geht es nicht bei der SEO-Sprechstunde. Okay. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ja, noch einen traumhaften Sommer. Kommt gut durch die Zeit, die wir gerade haben und ja, genießt das Leben. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.